Hallo liebe Leute und willkommen im Charlemagne Studio. Ja, wir treffen uns heute, weil wir viele Anfragen bekommen haben zum Thema Was ist eigentlich diese Schere mit dem Kamm? Mehr dazu nach dem kurzen Take. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück im Studio. Mein Name ist Mangi, neben mir sitzt der Schein. Hi. Und ja, wir haben tatsächlich viele Anfragen bekommen, vielleicht auch aufgrund unserer Blogartikel, was eigentlich diese Kammschere ist, die ihr vielleicht von eurem Barbier kennt. Das ist die sogenannte Effilierschere und wozu man das Ganze nutzt, wird der Schein uns jetzt erklären. So, wie du gerade schon gesagt hast, ist eine Effilierschere, die effiliert. Das heißt, also ihr seht, das ist ein Kamm und nur die Hälfte wird eigentlich weggeschnitten von dem, was da ist. Ja, also wenn die Schneide jetzt runterkommt, ist der Kamm nicht komplett abgedeckt, dann wird es keinen Sinn ergeben mit dem Kamm, sondern es ist nur ein Teilchen. Genau, und also ich denke nicht, dass das ein Tool ist für zu Hause. Ja, das denke ich tatsächlich auch nicht. Also es ist eher da für den professionellen Gebrauch, ob im Friseurladen oder im Barbershop. Wir benutzen es einfach, um Dichte rauszunehmen aus dem Haarschnitt. Ihr solltet es aber auch nicht zu oft machen, je nachdem, wie oft ihr zum Barbershop geht. Wenn ihr jetzt einmal die Woche geht, nicht die Shit-Out hier nicht zu sehr ausdünnen. Ja, das ist auch ein Tipp direkt an die Barber von euch. Wenn ihr einen Kunden habt, der zum Beispiel wöchentlich kommt, achtet darauf, dass ihr dieses Gerät, dieses Werkzeug nicht zu häufig anwendet. Ihr werdet das natürlich selbst wissen, das ist euer Beruf. Aber wir haben natürlich auch eine Gefolgschaft der Barber nicht wahr. Und da kann man das natürlich auch nochmal so in den Raum werfen. Ja, das war das Thema E-Filierschere. Ist, wie schon erwähnt, anders als die normale Friseurschere. Sie hat hier einen Kamm und für den professionellen Gebrauch. Das heißt, macht euch keine Gedanken. Ihr braucht so ein Ding nicht, braucht ihr euch nicht zulegen. Außer ihr seid natürlich Barber. Und in diesem Sinne, lasst uns ein Like und ein Abo da. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne, bis bald und schon fertig bleiben. Und in diesem Sinne, bis bald und schon fertig bleiben.